ja willkommen zu einem neuen part aquarium und cringe ein neuer part ist angebrochen kurzer spoiler octopus und sternrochen 2 finden wir heute diskus kann man mit dem diskus werfen ok der der war ziemlich fies aber auch witzig irgendwie oder hecht 69.067 rotfeuerfisch ich liebe rotfeuerfische so sehr die besten fische in animal crossing new horizons was ist eigentlich euer lieblingsfisch da schreibt es mal unten in die kommentare arowana ich dachte arroganter ich hab mal die kamera ein bisschen schärfer gemacht wie chili schoten finde ich witzig so meins alles mein geld finde ich witzig alles rein alles rein alles rein kannst auch arbeiten gehen ich liebe es mein geld zu machen ich bin tatsächlich glatt am überlegen drücker fisch drücker fisch drücker fisch er macht alles auf den letzten drücker ok ich hör auf mit den schlechten witzen was für schlechte witze die waren witzig siebuki witzig siebuki witzig danke siebuki wenigstens einer der meine witze feiert piep gehen wir schon mal raus und heute mit dem gürteltier mein lieblings tier was ist euer lieblings tier schreibt es mal in die kommentare heute spielen wir übrigens als bär ich wollte gerade sagen hier könnte es schwierig werden aber hier ist einfach so eine sprungstelle könnte sogar voll einfach werden ich glaube es könnte ein bisschen dauern ganz ruhig so 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 no jump wie wärs mit jump ok dann halt nicht dann halt nicht ja moin was ist das okay schon mal octopus fahren die gottopus warte elendiger octopus digga du bist so ein gottloser ekliger weißt du das hallo digga trug da na endlich gottchen und mir wurde gesagt dass man wenn man mit dem boot fährt dass da die chance auf legendäre höher ist als sonst ja moin was ist das denn digga wie sah das denn aus das sah aus als hättest millionen auf dem konto mr beast persönlich kapper ich wollte noch gar nicht ins wasser aber na gut na gut lol die hat kaum der baum hat keine kollision ok ok octopus fehlt nur noch sternrochen 2 dir fehlt doch ein ei du kleiner hibuki hibuki das war nicht nett doch hibuki ist nett und fett hey jo das stimmt piep so es fehlt noch ein bisschen könnte jetzt aber vielleicht sogar reichen ich glaube aber nicht die 10.000 noch also es fehlt noch einiges über den ein glitsch wo man außerhalb der map kommt werde ich sogar ein eigenes video machen ich probiere es in jeder map und höre erst auf wenn ich es gesagt habe kapper barsch der arsch piep ein schlüssel ich habe noch die qualität ein bisschen höher gemacht zumindest probiert kapper mittlerweile sage ich auch viel häufiger kapper weiß jemand woran das liegt ich nehme druck das war ein joke nicht dass er es jetzt wirklich denkt das war ein joke warte war der beepton sozusagen der beepton sozusagen als auslöser dass das sozusagen fake war eben das war natürlich ein joke wer hat gedacht dass jetzt kein beepton kommt ob es genau like und abonniere bitte ok diese höhle ja moin okay ich mache nein oh mein gott zählte noch wo wollen wir auf den kaffee gehen sieht ja auch schon nice aus Futter gebe ich euch auch kauf diesen fisch kauf diesen fisch diesen fisch diesen fisch und diesen fisch vier fische mehr lasst mal ein like da dafür schönheitspokal auf 10 fangkapp auf 7 lasst dafür ein like da der auf like geeiert kaktus kaktusse wäre besser okay das war schlecht eigentlich war ja auch gut wertet mal den witz von 1 bis 10 unwitzig beep ich habe gesagt von 1 bis 10 ja unwitzig das ist 0 du kleiner beep warte wenn 6 das schlechteste ist und die höchste zahl ist ist dann wenn man in einer wenn man in einem fach in der schule eine 0 hat ist man dann der beste hmm beep wäre schon interesting zu wissen verpiss dich mal da danke das muss so ein saftiger beep ton sein das ist schon nicht leicht diesen beep ton zu machen finde ich witzig finde ich witzig finde ich witzig beep lasst mal für die beep schönen like da und kann das sein dass hier die bank komplett verschwunden ist und die in der luft sitzen ich würde mal vorschlagen dass ihr mal zum arzt geht nur mal so eine info ding sammeln easy ausgeben easy jetzt sollte ich doch so langsam den fisch kriegen oder ich glaube das ist schon mein vierter oder fünfter komplette karte danke danke das hat gelegt money 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 man ich da money beep kann das sein dass der eben gerade so geschaukelt ist hinter dem schild weil er dahinter vorbeigelaufen ist finde ich witzig die muschel holt es die muschel holt es die muschel die muschel warte habe ich gerade muschel gesagt beep ich glaube ja lalala beep ich wüsste noch nicht welche titel ich nehme vielleicht der coole rotfeuerfisch der coole rotfeuerfisch mir eine idee ich glaube das mache ich der beste der beste fisch rotfeuerfisch kapper kapper was für kappers beep so entscheide dich für die rotfeuerfische bitte vip ich küsse dann deine eier beep also deine hartgekocht beep finde ich witzig wenigstens findet es einer witzig kapper beep und der vip hat sich für diese hässlichen fische entschieden den niemand haben will außer der vip beep hast du schon mal auf dem arztbesuch nachgedacht nur so ne idee beep verpisst euch beide mal danke danke verpisst euch beide mal sofort oder es gibt auch die phrase danke beep 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 vor haben wir dann würde ich die, wenn sie weitestgehend legal sind, hier auf dem Kanal zeigen. Weil warum nicht? Ihr müsst nicht mal den Kanal abonniert haben, wenn jemand Best-Off erstellen will. Wenn ihr ein Best-Off erstellt habt, sendet es mir auf Instagram zu und sagt, wie ich euch verlinken soll. Jetzt noch ein Autobus, danke. Schreibt mal bitte auch generell Feedback unter den Folgen. Äh, der Folgen in die Kommentare. Vielleicht, wenn ihr Tipps habt, schreibt sie auch gerne rein. Ich kann sie probieren anzunehmen und umzusetzen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ich irgendwo was mache, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Gewinnspiel-Durchsage. Und mit etwas Glück ist eure Challenge im Video. Deswegen Like und Abo und Kommentar schreiben. Hey, schnisch. Find ich witzig. Nicht nur Tanuki findet's witzig. Find ich witzig. Übrigens, ich hab über tausend Dinger. Singer. Zing 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 Smellsundain. Zing Buki. Lalalalalalala. Zing Buki. Zing Buki wählt ne 1+, piep. 19 Minuten, na gut, ich hab den Rotfeuerfisch als wahrscheinliches Thumbnail. Oder ich nehm den Dude da, den ich neu bekommen hab, der hinter mir her schwimmt als Thumbnail. Thumbnail natürlich, Fumbnail wär natürlich auch witzig, find ich witzig. Wir könnten's sogar noch durchschaffen. Schneller du Esel, piep! Du hast die Person beleidigt, find ich witzig. Piep! Verbiss dich, danke. Zack! Haufen Geld. Blech, blech, blech! Ich bin reich. Money, money, money! Must be funny! In the rich man's world. Kauf dir bitte die, bitte. Die sind schick. Wie nein, was soll das denn heißen? Du kleiner, piep! Piep! Da hab ich keine drin, du Dussel. Ähm, gürteltier. Gürteltier. Okay, VIP-Rip. Ich geh mal kurz hier rein. Lol. Octopus first try. Und könnt ihr mir das erklären? Hier. Im Schiff. Hat er zwölf. Also die, also das Doppelte. Allerdings, wenn er rausgeht, passt das in den Rucksack. Wie? Piep! Und an alle zu fleißigen Zuschauer, die noch dran geblieben sind. Ehre an euch. Und, soll ich euch sagen, was ihr jetzt schon sehen dürft? Nämlich vor dem Next Part, seht ihr als erste Person Kappa. Piep! Neben mir natürlich. Piep! Piep! Das war ein saftiges Piep! Das ist eher nicht so. Aber ich werd besser. Ich werd besser. Und zwar. Spaß! So, hoffentlich sind jetzt alle, die meisten raus, hust, hust. An alle fleißigen Zuschauer. Das ist Pommes Fritz. Bis zum nächsten Part. Und, tschausi mausi. Und immer auf die Glocke drücken, Leute. happening in unserem tub. Aber er hat sich mitmacht. Das blöses Monte. Und hamel auf den Stabil. Und hamel auf die Glocke drücken. Dauch. 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 It's time. Drakki.